Alex Rehak, Liedsänger der legendären Popgruppe Turning Point und Organisator der Band für Steiermark, hat heute das große goldene Ehrenzeichen des Landes bekommen. Damit bedankt sich Landeshauptmann Franz Wobes für den großen Einsatz des Künstlers zum Wohl der Steiermark. Nach der einzigartigen Erfolgsgeschichte des Grazers wartet 2017 die nächste große Herausforderung. Er wird mit der Band für Steiermark bei der Eröffnung der Special Olympics spielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017